hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen folge horizon vorbilden west wir haben ja letzte mal noch schon ein paar dronen eingesammelt würde ich sagen können wir immer abgeben die zwei drei stück weiß immer nur nicht was dieser stern bedeutet weil das mehrere sachen sind oder was drei stück habe ich gerade abgegeben geil nur hier steht leider nicht welche neu ist schade und war die schon gute wei hat man schon wird die schon wenn du keine anderen probleme hast mal kurz anzuhalten so oh da müssen wir auch noch mal hin zur vegas was sie da gemacht haben jetzt da mit ihrer lichter show und so nämlich mal interessieren ob wir da jetzt ein casino eröffnet haben das wäre ein ding da ein bisschen blackjack spielen könnte oder roulette ich weiß nicht sieht mir zu sumpfig aus es wird ja ich wieder willkommen zurück wo machen wir weiter ich gehe dann mal los ich wünsche dir eine sichere reise danke habt ihr meine truhe wieder nachgefüllt ich wollte gerade ja sagen aber nein haben sie nicht gemacht was ist mit ihr kollege was hast du schon wieder von den nebenquist hast du zeit solange du willst ich muss jenseits der westküste reisen zu den ruinen die im nebel liegen ja ich suche nach einem stamm den quen ich bin ihnen schon einmal begegnet sie sagten sie kommen von jenseits des großen ozeans ich hatte gehofft die tenakt wüssten mehr über sie es gab gerüchte von eindringlingen in dem gebiet aber wir dachten es wären nur banditen der karo hat patrouillen entsandt aber ich habe sie nicht zurückkommen sehen wir hatten dringendere sorgen wie du weißt ich schätze ich finde es früh genug heraus da ist etwas das ich mit dir besprechen wollte das ist persönlich aus 9a was tun die tenakt um zu entspannen du weißt schon in einer trainingspause wir spielen streit dein äußeren freund erend ist überraschend gut darin er hat mich aber noch nie geschlagen es hilft strategisch zu denken schärft den taktischen verstand klingt irgendwie trotzdem nach training ja irgendwie schon hast du was interessantes gefunden ja ja sagte mir wo ich daten über die kriegsführung in der alten welt finde ich wusste dass die zehn gegen maschinen kämpften so wie wir doch es scheint sie waren unter den letzten ihrer art später kämpften maschinen gegen andere maschinen im namen gieriger herführer und deren drang nach ländern und reichtümern wenigstens die tenakt haben den mut bei konflikten ihr leben zu riskieren das ist natürlich sehr nobel aber vielleicht brauchen wir vor allem weniger konflikte ja natürlich pecaro würde es auch so wollen sicher ja also wegen der persönlichen bitte du hast gesagt du willst mit mir über etwas reden ich habe mit gar ja gesprochen sie sagte dass die sinnes metall mit fleisch verbinden um sich stärker zu machen nun könntest du mir helfen das ebenfalls zu tun du möchtest dir einen neuen arm machen ja gar ja meint sie könnte solch ein ding bauen wenn ich die nötigen daten und materialien beschaffe sie glaubt diese dinge gibt es dort wo beta sich vor den sinnes verbarg ihr altes forschungslabor ich bin nicht so vertraut mit maschinen der alten welt wie du ich könnte deine helfe gebrauchen es könnte gefährlich werden die sie jetzt beobachten diesen ort womöglich noch wir hatten schon beim ersten mal glück lebend rauszukommen verstehe aber klingt als wäre es das risiko wert bei den zehn wir werden es durchziehen na dann los ich muss jetzt los habe einen langen weg vor mir weil du verstärkung brauchst ich weiß wen ich frage ich rufe dich wenn ich beim sinnes labor bin holen wir dir was du für deinen neuen arm brauchst danke ich kann wirklich so ein cyborg arm dann aber was verloren war total und möchte sich im alten sinne technologie einen neuen arm bauen aber er braucht er als hilfe um diese mission durchzuführen was griechen dafür drei fertigkeits punkte oder dann wird so worauf warten wir noch wieder die falsche seite wie weit ist mit weg 1200 schritte ja bitte kurzem ist ein trupp junger in unserer hauptsiedlung im westen brennsperr zurückgekehrt anscheinend haben sie ihm niemals land bei einer übung einen soldaten an maschinen verloren da sieht man mal dass die wildnis im osten genauso gefährlich ist wie hier sei vorsichtig da draußen bin ich die musik mit ich sollte bei gelegenheit nach hier sehen na erstmal gehen wir hier nach oben auch perfekt guck mal da ist sogar schon lagerfeuer nein ja das stimmt wir waren ja da auch das forschungslabor ist auf der klippe laut kotalo sind dort die bauteile für seinen neuen arm er muss wissen dass ich hier bin dann rufen wir ihn mal und die datenbank dort drin ja ja erwähnt wo genau im sinis labor befinden was du brauchst sie erwähnte die kammer in der du beta fandest und die datenbank dort drin sie sagte damit finden wir das wissen und die bauteile für einen neuen arm das ist doch schon mal was wir müssen uns beeilen falls die sinis uns beobachten verstanden ich habe das überhaupt der hoch zum labor geht hier lang nicht schlecht herr specht alles okay ich schaffe das der rutscht da beschimpft oder sie plündern die phantome nach teilen sollen wir sie erledigen oder wir schleichen uns vorbei wenn er sich dann eine chance aus teile zu bekommen auf in den kampf halt nein wieder uuuhh da ist ein panzer spitzenplünderer vielleicht sollte ich mal wieder ein bisschen mehr gännen gännen ja dann wechsle ich aber die muni dann würde ich das auf jeden fall haben machen aber man muss und man muss was druck hier oben ja geblendet coole ist durch diesen tunnel spritzen mit spitzen rote augenbächter nochmals geben sollen die was haben wir denn hier drinnen? gräber und krallenschreiter? ja nehm ich mit, ob wir davon wahrscheinlich schon genug haben oh ne nochmal der eingang war hier nicht irgendwo so ein tunnel und rutschen nee, rutschen was stand für ein feind? schwer zu glauben, aber ja die frage ist, ob jetzt hier drinnen nochmal irgendwelche die frage erledigt die frage ist du den letzten Ich hab auch Stahl. Zeit! Perfektiere die Brände! Beeilen wir uns lieber. Der Raum, in dem Beta war, ist da vorn. Geh voraus. Hm. Davon würde ich gerne eine herstellen. Und dann sind wir auch schon wieder voll, ne? Ich muss mal wieder Essen holen. Ein Essen, ja. Oh, das ist ein großer. Okay. Wir müssen mal wieder zum Koch. Er kämpft dir meinen Tod. Ich muss sie erledigen. Und mit Band der Maschine. Ist noch bekommen, ne, wa? Oder ist er schon tot, wa? Also Was ist es der Wieди Ich wезж Sie sehen ich ich nur hin und froh ist es das da unten ja wir sollten schnell darunter eingeseift der wird schon ist immer nur rot geschafft jetzt müssen wir nur noch in die datenbank rein von der gaia geredet hat ich warte hier ich jetzt hier mich jetzt alleine sagte beta war in einer dieser kapseln wie furcht bei ihm sowas eingesperrt zu sein da ist kaum platz zum atmen kaum platz zum atmen er hat ja auch die ganze zeit geschlafen und hat mich dass hier nichts ist denn ich da oben warten ist er doch hier ich kann ihn da nicht fest machen umhänge ich nicht möchte ich mal vorbereiten geht nicht 0 0 7 ich glaube ich bin fündig geworden dann sind da drin hoffentlich antworten ich lade die daten in deinen fokus dann kannst du in der basis darin suchen was ist mit den bauteilen sie sind bestimmt irgendwo auf ich bin ein marschall und ich werde als einer sterben ja die pantone muss ich mir noch mal so angucken phantome wo haben wir sie denn hier unten allgemeiner loot einsetzbare waffe okay also am besten erstmal da oben den stachel weg wird zerstört wenn getötet zerstört wenn getötet im prinzip kann sie alles machen war schwachstelle rohstoff speicher vektor düse pulzkanone 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 ja das ist auch immer wichtig chockeinheit plasmainheit nanoklatter da sind im prinzip die drei sachen ok also im prinzip die drei sachen regenerations einheit unzerstörbar ok also irgendwie kommen die nicht zu uns warum auch immer und wir haben sie keinen bock gut ich wechsle mal doch die munition auf die schwachstelle ja das ist der plan in der waffe ist bestimmt noch nicht zu uns rein zweier Hehehehe! Ja! Das ist nicht so gut! Hm. Das ist nicht mein erster Jahr! Da hab ich noch was abgeschlagen, sehr gut! Oh, so einen blöden Schütti! Oh, so einen blöden Schütti! Oh, so einen blöden Schütti! Hallo, ich bringe ihn! Ja, genau so! Ich muss mal ein bisschen schneller zurückschlagen! Du weißt, dass da auch noch ein anderer ist, ne? Kannst du euch auch um den anderen kümmern, der da noch ist! Ich nehme um mich! Ja! 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 dass du nicht zu viel machst, ey. Könntest du mich ja noch unterstützen, ey, im Gang, krach. Mach bloß nicht zu viel Schaden, ey. Könntest du mich ja unterstützen damit. Ja, naja, was du glaubst und was du weißt, sind ja zwei verschiedene Sachen, ne. Ich glaube auch so viel und weiß aber wenig. Ja, ich glaube auch so viel Wir müssen die gesamte Etage durchsuchen. Ich halte Wache. Keine Überraschung mehr. Gute Idee. Ich habe ihn nicht mehr. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Ich kann ihn nicht mehr sehen. aber leider nicht total verrostet ich da hochkomme stimmt nicht eine lüftung das könnte ein weg aus dem raum sein ok cool aber lass mich doch erst mal umgucken was gräuten ist gräuten natürlich ich Bitte sagt mir, dass die Teile da drinnen sind. Vielleicht... Vielleicht doch nicht. Ich weiß nicht, dass die Teile da drinnen sind. die bauteile müssen hier irgendwo sein irgendwo ist gut nope 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 zenith bauteile ist alles was du rausnehmen konnte warum ist hier früher glimmer an den wirklich komischsten stellen eingeseift genau geschafft Was ist das für mich? Ich freue mich drauf, unseren Fund einzusetzen. Geh mit den Zehn. Was soll ich denn jetzt hier noch finden? Ich hätte mich doch gleich mitnehmen können. Was soll ich denn jetzt hier noch finden? Hier ist doch nichts mehr. Mann, oh Mann. Ich hätte auch sagen können, komm, ich geh jetzt zur Basis. Willst du mitkommen? Dann sagst du ja oder nein. Nee. Ja. Puh! hier sind sie ein sehr aber keine fisch hier haben wir noch einen flugschreiber hier sind wir noch nicht was ist denn das für eine kampf arena wenn da wer noch am urlaub hier ist ein weiteres ordnung signal für eine aufnahme es hat wohl erst mal genug geregnet die maschinen haben das flugzeug kontrolliert und es zum absturz gebracht wir sind noch ein flugschreiber entdeckt scheinbar nicht wo ich ja naja was war das mit diesem riesen kran ja 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 Also entweder ist der Schild zu klein oder Edel zu fett. Wird ruhig ein bisschen, ne? Nicht so viel Tiefgang sein. Dass man ein bisschen weiterkommt. Okay, nochmal. Irgendwie an dem Lagerposten vorbei. Ja, wenn wir das, wo die ist. Deswegen müssen wir nochmal in so eine Werkbank, ne? Wir haben ja letztens noch ein paar Krabben und Krebse und sowas alles eingesammelt. Ja. 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 Das ist ne Spiel der Nummer. Ja. Jetzt về. Ich halte dich auf! Du! Du bist in die Defensive! Oh! Geh! Oh! 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 Ah, natürlich. gut, wo fliegst du denn jetzt lang hier? wo muss ich rauf? von da? halt da. das ist richtig groß, war die runde von ihm? muss mich aber hoch lassen, wenn ich von da oben rauf muss. rennen oder nicht rennen? ok, hol mir die drohendaten. schützt! Hm. das findet man nicht allzu oft aber man findet unsere reise weit weg aber sehr kostenlos von daher werkbank leute erstmal werkbank wo sind ja noch mal wo vorwärts gibt es erstmal gewollt man schreck flüge mit teilzahn habe ich versucht aber hat man bei diesem boss weit nicht gekriegt nur ein heute upgrade nur eine enten fehler machen wir den schönen einen seilbeutel dann kriegen wir rohstoff heute eine beere von 36 auf 42 wahrscheinlich auch der letzte war so wie es aussieht aber wir kriegen ungewöhnliche rohstoff von 100 auf 200 bis der letzte beutel standard pfeil auf zwölf fortgeschritten auf zwölf elite pfeil auf vier da siehst du eine mond fisch gerät hätte ich die noch bekommen habe ja so viele mond fische eingesammelt aber wir haben nichts lilanes bekommen von den tickern jäger pfeile 60 vollständig okay also was brauchen wir denn schiller in der hummerpanzer und mond fischgeräte weiß ich ungefähr wo wir die bekommen können lachshaut ja so glaube ich dann nähe euren werden halt wieder ein bisschen schwieriger hat er eben gerade abgegradet ach die bomben ne tasche ne nochmal seiler hat man gemacht was ist das denn hier bolzenmagazinbeutel 90 auf 120 bolzen mösenpädern möwen haben wir bisher noch nicht entdeckt tja möwen hummerpanzer krabbenpanzer ja eulen ne eulen sind auch so ein ding immer auch relativ selten so was sagt er mir denn den arm schon fertig oder brauchst du noch ein paar teile ist das die lager die ich bisher schon geschafft habe willst du trainieren ich will wissen was mit dem arm ist wie läuft es mit dem arm er ist fast fertig aber ich passe noch die anschlüsse an bald muss ich ihn testen ich freue mich drauf ich sollte jetzt los sei bloß vorsichtig warte darauf dass Kurt Tullo seinen arm gebaut hat wie lange soll man denn warten ich hatte gehofft wir könnten reden du mit mir oder mit Wal Wal ist beschäftigt der zockt gerade pingpong und wir haben noch eine drohne stimmt die habe ich ja gerade so sammelt was geht so schauen wir was wir hier haben zeige ich mal her tatsächlich mir auch das erinnert mich so ein bisschen an das Nora gebiet ist eisige berge ein paar bäumchen können wir so lassen so wie lange müssen wir denn jetzt warten dass der Fanny ist ich will meine drei punkte haben na gut was haben wir denn sonst noch so der geschmack des sieges die köch'in in salzbiss bietet essen an oh essen brauchen wir auch noch ne nach osten muss ich wie viel platz habe ich noch was ist das hier drei blumen das würde ich machen ne liegt ja auf dem Weg können wir gleich mitmachen die maschine ist feueranfällig ist da nicht nur eine maschine oder oder wir sind im Spucklau. Sie dürfen jetzt sterben. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. 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 Bis so 28 kann ich jetzt mitnehmen. Sehr schön. Danke, Santhia. Ich weiß nicht, dass ich hier bin. 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 Ja, ich weiß nicht, dass ich hier bin. Oha, was ist denn? Na ja, damit hast du nicht gerechnet, ne? Oha, was ist denn? Oha, was ist denn? Oha, was ist denn? Oha, was ist denn? Oha, alles kommt, wir machen mal das Rebellenlagerplatte. Neun Fertigkeitspunkte, was können wir denn hier noch so schönes machen? Oha, Überlebende, Kriegerin oder Jägerin? Jägerin. Schwere Waffe Plus nehmen wir. Konzentrationsregeneration nehmen wir. Bergpunk-Experten stellt Munition. Naja, weiß nicht, sonst ist selten. Waffenausdauer Plus. Was ist denn der Spaß? Zwei Punkte. Was ist das denn hier? Haben wir schon. Breiter Stoß, Bolzenschießer. Benutzen wir nicht. Jägerbogen, hohe Salve. So. Nee. Dann lieber Bergpunk-Experten. Wird schon mal da Munition herstellen sollten. So, wie sieht's aus hier, Leute? Da seh ich was. Da seh ich was. Da seh ich was. Da seh ich was. Ich bin komplett woher. Ich hab die Stoß. Ich hab mit den Kuchen welche abgebaut. Ich hab einen guten Kuchen. Ich hab die Gäste dabei. Aber wir haben uns so ein bisschen den Kuchen. Aber das ist die Stoß. Ich hab den Topfolt vorgehalten. Ich hab noch ein paar Worte. Jetzt ist das einiger. Da kommt ein paar Fragen. Wenn sich die Tiefländer uns nicht anknüpfen, sollten wir sie auslöschen. Uh, der war knapp. Ja, ja, nicht geschlafen, nicht geschlafen. Alles wird gut. Was ist denn da, wo wir immer rumliegen, oder? Wo noch Eulen? Eulen, keine Krähen. Das muss der Anführer des Außenpostens sein. Scheint die beste Ausrüstung zu haben. Machen wir den nochmal platt. Stufe 39, wuuu. Ob der Schlüssel diese Truhe öffnet? Oh, wieder Soldatenmarken. Da weiß ich auch noch nicht, ne, was wir da machen müssen. Ich behalte sie erstmal, bis ich weiß, was ich damit mache. Ja, ja, ja. Ohne einen Anführer sollten die Rebellen von hier verschwinden. Aber ich könnte mich auch jetzt um sie kümmern. Auf jeden Fall bin ich hier fertig. Natürlich kümmern wir uns um sie. Warte mal. Wieso schnell? Ja, du wolltest was sagen. Es ist diese, Fremde ganz sicher. Volle Aufmerksamkeit. Was ist denn das Osserum? Die hören sich schon an wie die Raider, ey. Nur ein Geräusch. Nur ein Geräusch. Falscher Alarm. Falscher Alarm, hm? Falscher Alarm? Falscher Alarm? Wir haben noch die Raidersch. Was ist das? Was? Ja, guck mal hier. Was richtig fein ist für dich. Guck mal hier. Das waren doch alle, oder? Da wüßt, da kann ich nicht mehr. Halt ist was. Endlich zu Hause für heute. Juhu. Hoch die Hände, Wochenende. EZ, du hast es geschafft. Und ist noch irgendwas lustiges passiert? Rebellen aus dem Posten abgeschlossen. Ein Bildnisfahrt. Nice. Dufte eher gehen heute? Eine halbe Stunde? Aber ist ja meistens so, dass du früher, also, so ein Ausbildungsdinger, dass du am Freitag eher nach Hause kommst. Ist nicht überall so, aber bei den meisten, oder? Die wollen alle nicht zuhören, ne? Ja, ich merke schon. Ich meine, zuhören und dann auch noch verstehen, das sind ja auch nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, man kann ja zuhören. Aber ob man es dann auch wirklich versteht. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Vorsichtig, nicht die Hände einfärben. Ja, ist das nicht normalerweise? So, Oberschulen machen das ja auch so. Die machen ja nicht mehr diese 45 Minuten und 10 Minuten oder 5 Minuten Pause. Also, die machen ja auch diese anderthalb Stunde und dann und dann die Viertelstunde Pause, ja. Ist doch meistens auch so in diesen Berufsfingern, ne? Ja, das macht ja auch jeder ein bisschen anders, ne? Je nachdem, wird keine Politik wiederfahren. Das stimmt, mir ist immer noch hinterher. Hallöchen Red und Hallöchen Lupus. Es ist ein wunderschön Freitag, euch beiden. Ist schon ne Möwe? Oder nur ein stinknormaler Vogel? Uh, ne Möwe. Es ist noch nicht vorbei. Regaler wird ihre Toten sammeln. Dann gibt's hier Müll. Dann sind Müll nicht eigentlich eher so... ...bei Gewässern und so. Dann gibt's hier. Dann gibt's hier Müll. Dann gibt's hier Müll. Würden unsere Klingen vereinzelt. Endlich, ne? Wenn man schon mal die Möwen hier hat, sollte man die auch nicht nutzen. Einmal Gabelbein, das ist alles? Mr. Stunkmacher? Ich glaube, der ist gerade nicht zur Hose. Der ist bestimmt wieder auswärts arbeiten. Der hat ja auch nicht immer Homeoffice. Ein guter Zeitpunkt für Schockmunition. Vielleicht tut er so. Nee, der hat doch hier nicht immer Homeoffice. Der darf dann nur drei Tage in der Woche oder so Homeoffice haben. Oder vier Tage. Den Rest ist er ja draußen. Was kostet ihr da Spaß? Gänse. Ich weiß nicht. Brauchen wir Gänse? Warum haben die hier keine Möwen, ey? Geierfeder. Freuenfeder. Reise. Freuenfeder. Freuenfeder. Ach, wieder Bolzen. Wahrscheinlich der Letzte. Nee, da gibt es noch einen. ich brauche Eulen Eulenfeder Lachshaut eine gute Eulenposition habe ich glaube ich noch nicht so wirklich gefunden außer vielleicht im Urwald und da ein bisschen mehr Eulen vier Tage ein Feiertag wo ist der nicht hier ich glaube der ist wirklich draußen was ist denn der Spaß 1 1 man spart ja wirklich ein bisschen was ein 45 Bolzen krass ja wie gesagt ne die Bolzenwaffe die macht zwar wenig Schaden die haut aber halt wie willst Muni raus ne also ist wie so eine Minigun Minigun macht ja auch pro Schuss wenig Schaden aber seit die Masse denn ne was ein Upgrade du bist der Blitbogen der Serkerbogen was ist eigentlich mit unserem Bogen den wir gerade die ganze Zeit benutzen was ist denn der eigentlich ist der hier ach haben wir schon komplett verbessert ok bitte morgen wir was zusammen oder was ich hoffe es stört nicht wenn ich seine Tür aufbreche ach komm wir handeln abendzeit Seilwerfer Krisenfresser Häckslerhandschuhe hier Nummer 2 nehm ich ich darfst du hier bestimmt mal deine Wohnung wir können das vielleicht als lager verwenden dafür bekommst du aber nicht gleich einen rabatt benutzt das ruhig als lager ich schätze jeder geht auf seine eigene art mit dem tod um ich bin bereit zum handeln er sendet noch eine funkbacke auf derselben frequenzen doppelt quasi ja Fallout 76 hätte ich auch mal wieder Lust habe ich ja seit ewigkeiten nicht mehr gezockt ich habe es damals ein bisschen angezockt wo es rauskam und dann glaube ich so die erste zweite season oder so ein bisschen gespielt aber irgendwie hat das nie so wirklich gepunkt zwischen mir und Fallout 76 aber die haben ja noch weiter daran gearbeitet haben ja wirklich viel verändert auch rotes Haar scharfes Auge Speer diese Zutaten sagen Nora Kriegerin Aloy du hast Regaler im Heim besiegt richtig kein Gerücht kommt in diesem Land an einem Kochtopf vorbei Küchen hacken Fleisch und servieren den Klatsch war das was du der Tenak-Soldatin gesagt hast nur Tratsch über Essen das sie stärker machen kann glaubst du Soldaten sind die einzigen mit Geschick Klingen sind nicht nur für den Krieg schneide die richtigen Zutaten auf und du bist stärker im Kampf mit der korrekten Zubereitung deine Freundin scheint nicht ganz überzeugt zu sein die Leute hier würden ihren Kopf in den Boden stecken und ihr Essen wie Graser rausholen wenn sie könnten doch ich glaube wenn ich Hekata oder irgendjemand hier den Nutzen zeigen kann dann machen die anderen mit Boah auf jeden Fall Babfood dieses Essen kann mich stärker machen stärker gesünder resistenter es gibt unterschiedlichen Nutzen je nachdem wie ich es zubereite mit variabler Diät nutzt du die verschiedenen Bestandteile von Nahrung schau dir die Osseram an sie trinken nur Bier und werden selbst zu fässern also warum glaubst du nicht dass Nahrung dich auf andere Art verändern kann ich mag mein Bierbau dieses Beurot Wunder ist welche Zutaten brauchst du etwas Vogelfleisch und eine Geheimzutat wenn sie geheim bleibt werde ich sie kaum für dich bekommen können Wildvogel Eier die Soldaten fassen sie nicht an sie sagen Krieger essen nur Fleisch doch ein echter Krieger zieht Nutzen aus allem ich besorge dir die Zutaten schau hier Katta echte Soldaten sind in der Küche nicht feige du kannst die Eier auf der Insel in der Wüstenträne finden einem See außerhalb der Mauern das Fleisch bekommst du von den Vögeln in den Gräsern an den Stränden bring mir die Zutaten und du bekommst deine Mahlzeit gratis gratis essen sammle fünf Vogel Eier und sammle Vogelfleisch ist alles hier oben nice oh guck mal hier das haben wir auch wieder Streit Möge deine Klinge gestrehen wir müssen gegen Regaler zusammenhalten nur gibt's ja ich habe Bretter vorbereitet als jemand eine Runde Streit spielen will das ist kein Einsatz Alter was ist das für ein Drecksbrett oh die shit ne danke weißt du wie viele Leute in einem Team können ich glaube vier wenn ich mich nicht irre bin mir aber nicht sicher du musst du selber im Internet gucken ich weiß nicht haben sie vielleicht auch geändert ich habe keine Ahnung also früher war es so dass du bis zu vier Leute wo du zunahmen kannst oder die zumindest angezeigt wurden links weil die werden ja da auch angezeigt irgendwie die Namen und die HP Balken eine Möhre die schwimmt willst du mich verraschen? meine ersten Möwenfeder oder was? ja wohl ich glaube schon welche ausgegeben haben mal kurz hier ja schon jetzt braucht doch keiner ja die grünen könnte ich mal wieder verkaufen oder eine Klaue gemusterter Panzer geil dass man nix mehr wegschmeißen muss hier in dem Spiel leider bei Horizon Zero Dawn war es leider so irgendwann hast du halt das ganze Pelligzeug weggeschmissen ich habe das gute mitgenommen vielleicht auch nur begrenzten Platz das ist ich habe ihn hier bekommen na der ist haben wir hier bekommen scheint doch ein bisschen wichtiger zu sein die Person die Maschine stört sich nicht an Säure wieder liegt es näher mehr so wie gesagt vier ok haben wir mich geändert dann war es wahrscheinlich schon immer so ich weiß nicht ob sie jetzt auch mal ein bisschen geändert haben dass auch die Leute ohne Powerarmorüstung gut vorankommen vorher war es leider so dass die Leute die ohne Powerarmor rumgerannt sind deutlich schwächer waren dann nehmen wir doch die Gänse hier gleich mit oder? eh noch Vogelfleisch das Problem ist nur wenn er dann irgendwann wieder zu viel sammelt also zu viele Eier kann das halt auch passieren das ist nur wenn du die Population ausgerottest ne ich soll den erledigen naja ok ist optional aber warum nicht schade ich wollte eigentlich auf den Zahn schießen das war's keine Zähne mehr da muss noch ein Nest sein ich könnte meinen fokus einsetzen ein weiteres noch mit lieber wo die zähnen sind hier haben wir einen Zaun wo ist der andere hat ich hier nicht immer alles machen muss hätten wir fallen lassen was noch cool ist vielen dank fürs zuschauen bis zur nächsten folge wir sehen uns beim nächsten Mal wir sehen uns beim nächsten Mal